Der Ukraine-Krieg wirkt militärisch und politisch absolut festgefahren. Was könnte in dem Krieg ein Game-Changer sein, damit ich meine, politisch oder militärisch? Putins Ende auf russischer Seite, Revolution auf russischer Seite, Palastrevolution, irgendwas in dieser Art. Also Putin könnte an Altersschwäche sterben, an Herzinfarkt, er könnte auch beseitigt werden. Das wäre ein politisches. Die Bevölkerung könnte im Rahmen, das würde allerhöchstens allerdings im Rahmen einer Mobilmachung passieren. Aktuell sehe ich kein realistisches Szenario, dass es eine Revolution in Russland gäbe. Sehe ich aktuell schlicht nicht. Vielleicht ein Militärputsch oder irgendwas. Militärisch zugunsten Russlands eine Generalmobilmachung, eine Kriegserklärung und entsprechende Maßnahmen im Inland. Das heißt ein volles Umstellen auf Kriegswirtschaft. Wirklich komplett, totaler Krieg im Sinne von Goebbels. Das heißt, die russische Regierung entscheidet, du baust Puppen, Holzpuppen, dein Unternehmen ist geschlossen. Holzpuppen dienen nicht dem Krieg. Entweder, weil du Schreiner bist, kannst du jetzt irgendwie Unterstände für die Stellungen bauen. Vielleicht kann man da irgendwie Schreiner nutzen. Oder aber dein Unternehmen wird geschlossen, all deine Arbeiter machen jetzt das. Oder du fängst jetzt an, dieses und jenes zu produzieren. Wenn Russland eine Komplettmobilisierung macht wie das, ohne dass der Westen in halbwegs adäquatem Maße nachzieht, dann kann es eventuell seine Produktion merklich erhöhen. Und wir dürfen eines nicht vergessen, Russland hat durchaus eine gewisse Kreditlinie. China kann die Russen zumindest eine Weile lang über Wasser halten, wenn Russland anfängt, seine Rohstoffe zu verpfänden. Wenn Russland die Ölverkommen auf Saccharin verspricht, in Gegenleistung zu irgendetwas, dann sagen die Chinesen sehr gerne ja. Saccharin ist das hier. Hier gibt es große Ölverkommen. Hier glaube ich sind auch welche in dem Gebiet. Das heißt, die Chinesen würden hier sehr einfach an Öl kommen. Ich glaube, es gibt sogar eine Pipeline oder sie könnten sie zumindest bauen. Pipeline hier durchs Meer und dann direkt dorthin. Wenn die Russen sagen, wir brauchen dieses und jenes und jenes, damit wir unsere Kriegswirtschaft im Laufen halten und die Chinesen sagen, können wir machen. Dafür bekommen wir aber die Minen, die Ölquellen und wir dürfen eine Pipeline bauen. Die Russen sind verzweifelt genug und sagen, ja, dann macht China das. Zumindest wenn der Westen China es nicht schafft zu stoppen. Das heißt, auch Russland hat noch Möglichkeiten, hat Möglichkeiten zu gewinnen. Es braucht mehr Personal, es braucht mehr Waffen. Aber es hat Mittel und Wege, zumindest im Ansatz, in diese Richtung zu entwegen. Beim Westen, jetzt kommen wir zur ukrainischen Seite. Die ukrainische Bevölkerung könnten sagen, Sterben ist zu viel. Lieber von den Russen besetzt werden, als durch Bomben zerfetzt zu werden oder an der Front zu sterben. Es kann Selensky auf diese Art und Weise beseitigen oder der Druck auf Selensky und das Militär kann so groß werden, dass sie Frieden schließen. Ich meine, ich erzähle Ihnen immer wieder, dass die russischen Militärblogger sind voll mit Berichten bezüglich, mit Berichten bezüglich Kriegsgefangenen, Ukrainern, die erklären, sie hätten keine Ausbildung erhalten, sie hätten keine Ausrüstung und sie hätten sich bei erst bester Gelegenheit ergeben. Massenhaft berichtet diesbezüglich. Wie viele davon gestellt sind, ist immer die große Frage. Aber wenn sich, wenn das stimmen sollte und wenn sich das häuft, dann bricht irgendwann das ukrainische Militär zusammen. Denn es ist eine Geschichte für sein Land zu kämpfen und wenn ich glaube, dass ich siegen kann und wenn ich glaube, ich überlebe den Krieg, denn das ist wie beim Rauchen. Hier unter den Zuschauern haben wir viele Zuschauer, die auch rauchen und Zigarette rauchen und jeder weiß, dass der Zigarettenrauch zu Lungenkrebs führen kann, der zum Tode führen kann. Aber ich bekomme nicht Lungenkrebs, das kriegen nur die anderen Raucher. Ich nicht. Ich nicht. Wie heißt es? Eins von vier, einer von vier Unfällen ist durch Tippen am Handy verursacht. Aber das sind die anderen, die Unfälle haben, wenn sie am Handy rumspielen. Ich selber werde das nie haben. Also spiele ich am Handy rum und beantworte Whatsapps. Wir alle kennen das aus unserem eigenen Leben. Das heißt, in dem Moment, wo ich glaube, dass ich schon eine realistische Chance habe, den Krieg zu überleben und der Krieg gewonnen wird, bin ich noch bereit zu kämpfen. Aber wenn ich glaube, ich werde nur an der Front verheizen und ich sterbe und am Ende gewinnen wir noch nicht mehr dafür. Ich meine, wenn ich glaube, ich sterbe, aber dafür wird mein Land gerettet und meine Familie bleibt frei und so weiter, dann mag das Ehrgefühl und das Zusammengehörigkeitsgefühl und so weiter, mag dort stark genug sein, um mich in den sicheren Tod gehen zu lassen. Aber wenn die Gewissheit gekommen ist, ich sterbe sinnlos, ohne irgendeinen Zweck, dann will ich nicht mehr sterben. Und das kann zum Beispiel dann das ukrainische Militär zum Zusammenbrechen zwingen. Und andererseits kann der Westen anfangen, Großaufträge nicht nur zu Beginn mit der Artillerie, sondern große Pläne zu spielen. Nicht eine Million 155 Millimeter Granaten pro Jahr für die Ukraine, sondern zehn Millionen. Und die Amerikaner können nicht 31 Kampfpanzer vorbereiten, sondern 500 und einen Auftrag geben, dass sie die Produktionsstraßen für die Abrams wieder vergrößern und maximal ausbauen. Und für das Jahr 2024 300 Abrams-Planen zur Lieferung, Neugebaute an die Ukraine und fürs Jahr 25 800 und fürs Jahr 26 1600. Wären sie dazu in der Lage, vielleicht nicht exakt diese Zahlen, aber die Amerikaner haben sowohl das wirtschaftliche, die wirtschaftliche Fähigkeit, als auch das Geld, als auch das Know-how, um annähernde Produktionszahlen wie das zu erreichen. Und wenn die Ukrainer auf einmal geflutet werden in absehbarer Zeit, dann können sie jetzt auch die Offensive einfach stoppen. In die zur Verteidigung übergehen, wenn die Ukraine 15 Prozent der geforderten Antiminenausrüstung erhält, das hat sie jetzt 15 Prozent, weniger als 15 Prozent. Wenn sie das nächste Mal 200 Prozent erhält, dann geht es vielleicht auch leichter durch die Minenfelder. Wenn sie nicht eine Million Granaten pro Jahr erhält, sondern 15 Millionen, dass sie so viel schießen können, wie sie nur wollen. Dass das Problem ist, dass die Granaten nicht schnell genug, dass die Rohre zu heiß werden von der Artillerie. Okay, dafür kann der Westen sorgen. Wir hatten es hier gerade, 40-fache Wirtschaftsleistung. Ich habe es nicht nachgerechnet, aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Wenn man alle Unterstützer, wenn man alle, die sich an Sanktionen beteiligen, also alle, die direkt oder mittelbar die Ukraine unterstützen, zusammenzählt, hat man meines Wissens über 50 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Wenn die mal für die ukrainische Seite in Dienst gestellt wird, dann sieht es an der Front in absehbarer Zeit anders aus. Dann kann nämlich auch der ukrainische Präsident sagen, wir können jetzt nicht so offensiv übergehen. Wir warten ein Jahr, aber in einem Jahr sind wir so stark, dass die Russen chancenlos sind. Wir werden in einem Jahr 3000 weitere Kampfpanzer haben. Die Russen haben in der Zeit 300 gebaut. Wir werden sie wegfegen. Also können wir jetzt ein Jahr warten. Und gleichzeitig wird jeder unserer Soldaten die modernste Schutzausrüstung haben. Das könnte der Westen machen. Das heißt, ich habe ihnen jetzt ein paar Szenarien gegeben, was für beide Seiten beeinflussend sein könnte. Ich habe schon wieder ein halbes Videokonzept, an dem ich gearbeitet habe, vorne weggenommen. Das ist der Nachteil dabei an diesen Frage-Antwort-Runden. Also beide Seiten können den Krieg gewinnen. Und auf beiden Seiten gibt es politisch wie militärisch die Möglichkeit, den Krieg zu gewinnen oder zu verlieren. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. In diesem Fall möchte ich Sie herzlich dazu einladen, nicht nur diesen Kanal hier zu abonnieren, sondern auch meine anderen Präsenzen. Im Besonderen natürlich den Hauptkanal Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bis bald und auf Wiedersehen.